Prozent hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tegelite Gerhard mit Juli U so ja wie kommen auch mit und zu viel jetzt werde ich anrufen nicht mehr Ernst für Richtigkeit ich bin sogar auch beschäftigt n sollte man immer sagen ich bin jetzt nicht im Berg wieder sehr schön ich habe vorhin nur die Hälfte gesehen hofft ich gehe zum Leben jetzt so das nervt mich und zwar die Leute wissen ja wahrscheinlich schon warum das ist dieses Projekt bisschen passiert geworden ist er bei mir auf jeden Fall neuen Probleme ja er in der Schule und ich bin selbst ist aber wirklich viel zu tun und es ist wieder ein Vorteil weil dann könnte ich er die letzten paar Tage was noch bis zum ersten Juni sind noch Prozent andere Projekte noch Prozent weiterführen jahre weil ich möchte jetzt gerne ein Projekt weiterführen ist nur drei Folgen oder so Prozent durch online gekommen sind so so wie Prozent der geile Effekt wie am Anfang ist schon wieder nachgewiesen n ich liebe es schon ich liebe es ihr nie das war keine Werbung für McDonalds auch gleiche die uns gesagt mit McDonalds nach Scheiße zwischen den Sagen ja was hier aus dem Ausgaben jedes was ich jetzt bin es ist nicht so arg wie mit n n noch ja ich glaube ich weiß nicht ob du um jetzt oder sie folgt sie nimmt die Tonne nie noch nicht ich habe dann ist es ist richtig in der Altruhe geworden musischen ich war schon vier Tage lang nicht mit drei Tage lang nicht auf YouTube sicherlich sein das ist ein Strafen ich war gar nichts auf dem also ich war schon auf dem PC aber auch nicht auch schließt auch auf Interesse und wie gar nicht um ich kann sagen es ist auf jeden Fall gehalten worden und keiner kommt drauf dass es man ich muss jetzt bewusst nicht das ist noch vergessen das ist dann problematisch ja aber ich weiß nicht ich habe nur ein Video gesehen ich weiß nicht ob du also bei welchen YouTuber du so rein schaust bei welchen YouTuber bei Zander, bei Potsdam Media das sind immer die auf jeden Fall wo ich ziemlich fast jeden Tag ja okay ich schaffe ich ja auch ja Schaffel ja da hat er jetzt ein neues Projekt eingefangen scheue ich aber ja 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 genau m und er hat die Leute in der Schriftstelle der er auf der Lübe ich verstehe vor allem immer aus das gibt mir auch so auf und sagt genau wie Zander immer sagt ich weiß es noch bei in den Sprechst bei nie die hat es noch schnell geheißen Prozent Kraft der Texte da ist immer oft ausgerast von den Leistung beim Zander alter ganz kurz wieder reingekommen das ist ganz geil aber ich trinke mal kurz und zwar eine kleine Information noch ich hab'n Overclocker für alle die jetzt das Sky-Blog-Video jetzt gesehen habt was ich vor ein paar Tagen so hochgeladen habe ich weiß nicht ob man es ganz gut im Hintergrund hören konnte aber ich hab's auf jeden Fall gehört so ein komisches die 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 m das kann schon öfters vorkommen das ist wenn das Kabel beim Tisch so ja weiß ich nicht wie soll ich das sagen gleich lang streift genau das knischt so komisch ich weiß nicht wenn man das hört dann steht man was ich damit meine so ich hab's jedenfalls nicht gehört und sie die von die man hört es auch nur ganz leicht wenn man so 80 ist aber nicht so was sagten weil ich hab mir die Prozent das Video dann angeguckt dann habe ich das gehört du scheiß und das das ist das Kabel so entlang knirscht das hört sich immer so genial an ach so und warum äh noch bei mir eigentlich sonst keine Videos gekommen sind weil mir ist ja jetzt ich weiß ja nicht wann ich das Video upload weil nach diesem Informationsvideo ist wieder ein Video nicht gekommen das ist daran gelegen dass ein neues Spiel schuld ist und um weissen zwischen wochenende nur mit diesen neuen Spielen verbringen dass da vergisst du einfach mal YouTube ja kommt mal vor und da ist auch schon öfters mit dem alten Kanal schon mal passiert m nein das heißt jetzt nicht dass ich jetzt keine Videos mehr bringen stell dir vor stell dir vor stell dir vor ja hab ich auch nie drauf gekommen ich weiß nicht ob ich es schon verraten sollte das neue Spiel ne keine Ahnung ich weiß es nicht vielleicht let's play ich es mal ich weiß es nicht keine Ahnung ich weiß es nicht ich bin derzeit noch zu schlecht um lange zu überleben aber nur das Problem ist ja du bist ja nächste Woche hast du ja auch noch mal zwei Süchte Tests ne ja aber ja das sind kleine Tester da geht normalerweise geht da was ist in Deutschland ist kein Problem sind davon ab wie und wo und wie und wo keine Ahnung okay dann müssen wir mal gucken weil Sonntag ist schon der erste da wollte ich eigentlich auch schon das Projekt hochladen also dies hier ne wir müssen das weitermachen aber ja mal gucken mal schauen wie die Zeit ist ach man das ist plötzlich was komplett falsches ey ich wollte eigentlich das hier so aber jetzt komm ich wieder nicht dran super ja und das geile ist ich habe vor kurzem ein Video hochgeladen mit 2000 Aufrufen ne hab ich ja jetzt geknackt weißt du es noch nicht ich weiß mhm mhm und das geile ist heute habe ich aufguckt jetzt habe ich schon fast 2100 cool ja läuft einfach ne ja das ist richtig krass kann schnell gehen kann schnell oder mal ganz langsam gehen wie man drauf ist mhm ja ja zumindest ich bin ein schneller Typ mhm es gibt die ganze Zeit ich weiß auch am Busse und wird immer drin hängen was soll man mit mit sie können am Buschen bleiben nein das wird immer so wenig ist zu zeigen so Moment so das meine ich damit könnte ist das jetzt wahrscheinlich nicht nein eine Aufnahme aber ja ich bin aber kann dann immer mit dem Haus ich brauche weiter ich bin da gerade deswegen das ist nacht ja schon seit ne Weile ich glaube die Sonne geht schon wieder auf oder keine Ahnung ja der Mond geht runter die Sonne kommt jetzt wieder da 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 ich brauche noch einen alter hm nein das wollte ich nicht nein jetzt ist meine ach kacke egal 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 aber in letzter Zeit habe ich irgendwie so spontan irgendwie Bock so viele Videos rauszubringen wie noch nie zuvor ich auch nur halt die Möglichkeit fehlt ja ist so ne ich glaube ich müsste mal ganz viel in voraus aufnehmen dann so nach der Reihe sofort nach jeder weiß nicht Stunde oder so ein Video raushauen mhm alter das wär was weil gerade macht sie auch der Beam kennst du den Beam Let's Player? nein der macht auch richtig gute Let's Plays ne und der haut jetzt momentan auch die Videos nur so raus weil der jetzt zwei komplett neue Spiele spielt und da macht er jetzt so keine Ahnung warum aber so spontan einfach so raushauen ich feiere es auf jeden Fall weil ich dann immer weiter gucken kann ohne lange zu warten zu müssen weil Gronkh hat glaube ich heute ist sein drittes Video dann glaube ich hochgeladen und der hat jetzt schon 15 oder so oder 16 ich weiß nicht je nachdem wieviel keine Ahnung es ist ja wieder dann anders wenn das Video online kommt ne mhm dann ist es ja auch nicht mehr so aktuell aber von derzeitigen Stand dann ich bin nicht nur mit uns an den Sitzern mehr vorhanden richtig krass so das haben wir noch nicht alle gesehen auch für eine Webseite ob du dich jetzt alle meine Samt Nails das heißt ihr könnt jetzt auch dort die Sammels runterladen angucken je nachdem was ihr damit anstellen wollt das ist ein Bild bei mir im Kind wie immer ein bisschen länger weil ich so ein bisschen so haben aber ich habe ich glaube ich bin es ist dann kürzelt er sagt in der Welt man kürzelt sein müssen vertreten eine Minute der Mainz eine Dauern immer so 20 Minuten weil ich hab ich hab die schon in einer Vorlage abgespeichert ich brauche nur Bildern und die Folgenzahlen fertig aber ich hab Prozent ich bin jetzt ein bisschen sagen Prozent für diese Folge hier habe ich obwohl ich kann ja schnell nachgucken meinte ich es ja relativ schnell für sie sind dann müssen sie alle Prozent Prozent ich glaube das habe ich schon drauf gepackt Prozent und ich habe nur ist nur so locken er du machst uns auf jeden Fall mit dem ich habe ich gesagt ich habe sie zugemacht ich muss auf jeden Fall mit Photoshop weil mit GIMP sondern machen weiß ich nicht ich kenne mich besser aus mit GIMP weil wir das auch in der Schule hatten und so aber irgendwas kannst du bei GIMP nicht was du auch in Photoshop kannst ich glaube das ist die Schrift dann wieder ändern ne ne doch das kann man irgendwas gibt es aber das kannst du aber nicht ändern aber bestimmt keine Ahnung so jetzt schnell ich bin zufrieden Prozent Prozent keine Ahnung oh es gibt er hat so auf die Uhr geschaut ich nicht ich auch nicht egal ja komm einfach aufnehmen das machen wir in zwei Stunden Part und passt das erstmal für ein paar Tage um obwohl du musst ja heute noch lernen ja leider 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 meine Videos ich hab jetzt 213 aufrufe und ja mein zweitausendsten Aufrufe Video Special Limits da habe ich ähm fast das Thumbnail Name schon gezeigt vom neuen Projekt was am Juni kommen sollte aber ich hab's Gott sei Dank noch äh früher bemerkt und dann habe ich in Balken drüber gelegt und dann hingeschrieben das ist erst ersten ja ich hab ich sehe grad hier auf meinem bei meinen Videos bei der Ticket Light 1 Folge da habe ich dein Skin und mein Skin hinzugefügt ich hoffe das ist kein Problem für dich nein 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 wo so ein Diamant aus dem Abbau und rausgeploppt ist und nicht mit meiner Hand so hingegriffen ha sie ist ja bei mir ist ich nicht so gerade äh äh 4 ab oder was ist das äh 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 weil wenn ich jetzt hier so sehe ich könnte jetzt äh äh so und Dokumente und das heißt sie wieder in Arbeitsschritten mehr muss erst mal ganz gerne so so wie das ich glaube nicht ist nicht viel machen aber ich schau grad oh dann wird jetzt geht's das haben wir alle nein es habe ich eben geöffnet oh dass ich exportiere immer alles willkommen bei Letzfälle Jury die ich exportiere immer meine Bilder aber ich weiße sie tun und jetzt natürlich bei Letzfälle bei mir das habe ich mal gefällt geil ha kommt vorher im Leben da hat er geht ein da ist es so hier sieht man also ich hab dann so das Ticket Light Logo mit einer 1 und drunter die graue ist und dann habe ich mein Kind mein Kind der so auf dem Ticket Logo marschiert also geht und dann auch seiner der irgendwie springen oder keine Ahnung das hat darüber steht dann auch in Blau Patrick zu muss er sein ja Blau Special Farbe ich finde es können nur wir uns leisten ja so ich noch ein bisschen meinen damit ich vielleicht mache ich mal ein Video wie ich meine Sonntag das macht aber mal gucken schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare ob ihr das sehen wollt ich weiß nicht ich weiß nicht ja das macht es auf jeden Fall eine Schreibung und dann fühle ich mich jetzt schon angesprochen ja du musst es machen ja du musst es machen oh ich wollte mal eine Folge hochladen dann ist einfach so mein Internet abgekackt dann konnte ich gar nicht so weil ich konnte gar nichts benutzen keine Ahnung das hat mich so aufgeregt ja das ist mir glaube ich auch schon mal passiert ist auf jeden Fall saugeil das Gefühl nein ich weiß definitiv nicht ich weiß das ist nochmal warte mal warte mal warte mal warte mal ah ah nein hier ist Kies ich hab keinen Bock auf Kies aha au 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 Sand na 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 hier wird alles überflutet nein das hat ein kleines Problem ja ich auch ich hab ein großes Problem nein das Wasser läuft jetzt da nein das reicht alles eine ah alle meine Fackeln mit warum ja super ist es ja alles zu können aufgrund Schusser aber ich will hier hinten sitzen ich freue mich schon wenn deine zweite Folge war und dann kommt oh mein Gott die kommt schon mal sicherlich also das kann sich nur um eine Woche noch verzögern ich glaube die kommt sogar noch heute heute sogar noch geil dann kann ich mir endlich mal angucken weil ich wollte die schon am Montag angucken also vor allem sind die richtige zweite Folge oder jetzt diese zweite Folge die richtige zweite Folge ah ja 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 die habe ich schon geschnitten zu nur noch hochladen hm weiß ich hab auch schon die 13. schon geschnitten die sind auch schon längst an ja und das ist jetzt schon dann das 14. was vielleicht in ein paar Tagen oder so kommt oder so keine Ahnung ich weiß es nicht um so so langsam ja okay jetzt bin ich fertig äh wie lange sind wir denn schon ja ich denke sie sind über 20 Minuten um um ich bin ich denke auch aber ich hätte nichts dagegen wenn wir jetzt könnten wenn die jetzt nichts nur das Problem ist wir machen nur eine Folge wir haben ja leider ist das ist aber vielleicht 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 ich weiß nicht ob die Zeit ist ich weiß nicht ob die Zeit ist weil ich kann noch später noch mal auf okay das hast du anders ist noch gesagt gestern oder vor zwei Tagen ja ich sag das immer dann geht es doch nicht das nervt mich übelst krass aber vielleicht hätte ich die Möglichkeit aber dann später falls nicht nicht das was ziemlich normal ist dann kannst du mich hier beim Handy anrufen mal um er geht um ich muss die hoch ich brauche noch die letzten Sachen das ist so schön vor alter bis zu bekloppt nach Berlin aber der Beuer habe ich glaube der will sterben der OTA-Apfel es ist noch egal das sind Goldöffel nur ein ich hab was quer die sind in der Hand du aber ich brenne ich bin nicht mehr ich darf ok ja ich sehe das oh god ok ähm ja regnet es gerade oder so ich sehe das nicht nee es regnet nicht ok das ist gut bitte bauen sie jetzt ihre letzten Blöcke komm her du komm her komm her der fällt auch gar nicht runter der ne das ist richtig du aber ja ich auf jeden Fall ich glaube ich werde das neue Spiel spielen und dann heute gar nichts mehr machen ey oh god ich glaube ich muss das neue Spiel jetzt richtig suchten und was mach ich denn jetzt schon wieder ey ich mach schon wieder von nur falsch da wollte ich ja eigentlich einen Gang rein mann Jury lenkt mich schon ein bisschen ab ne von dem was ich was ich machen wollte es fehlt mir genau ein Block egal ne 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 das ist wichtig ja ich mache ich mache mal die Abstande weil ich hier so gut kann ich mache mal es erstattet ne ne ein obwohl können wir ein Fangenke ein Problem ne ich mache das mal oder egal ja okay dann will ich auch mal sagen dass es jetzt erstmal vorbei ist für diese Form gehen ja und da ist es vorbei da steht jetzt aber klug scheiße ich kann den auch nicht starten weil jürgen die noch muss jetzt ich mach noch mal ich will ich möchte noch auf dem reichen machen ich werde jetzt nicht oft obwohl es vielleicht nicht schlecht wenn nur ich mal aufnehmen es ist ein solcher die ich hätte kein problem mit hinten zu veraufmachen ja ja mal gucken vielleicht treibt man sich mal wieder mal bock hat man manchmal habe ich wirklich bock gehabt aber da ist bei dir leider nicht gegangen dann war ich traurig okay dann würde ich sagen bis zur nächsten folge tschau tschau